Herzlich Willkommen! In diesem Video soll es einmal um den E-Mail-Versand in Henry Junior gehen. Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, Ihr persönliches Outlook zu nutzen oder E-Mail-Programm, was Sie dort in der Werkstatt haben. Aber oftmals können Sie Zeit sparen, denn mit Henry Junior haben Sie die Möglichkeit, direkt aus Henry Junior eine E-Mail an den Kunden zu senden. Diese wird dann von Henry Junior versendet und wenn der Kunde darauf antwortet, dann kommt das Ganze wieder bei Ihnen in Ihrem E-Mail-Postfach an. Das ist eine schöne Möglichkeit und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie Sie das nutzen können. Als allererstes, wie so häufig, empfehle ich Ihnen einmal in die Einstellungen zu gucken. Hier haben wir im Bereich Stammdaten den Reiter Mail-Versand und da klicken wir einmal rauf. Und wie Sie jetzt hier sehen, haben wir eine typische Signatur, die wir hier einstellen können. Die können Sie einfach aus Ihrem E-Mail-Programm, wenn Sie da schon eine fertige Signatur haben, auch reinkopieren. Und ich schreibe jetzt hier einfach mal testweise, dass wir da die Straße hinzufügen sollten oder Ihre Adresse. Die Telefonnummer brauchen wir natürlich und die E-Mail. Da gibt es auch noch einige rechtliche Bedingungen, die Sie da so reinpacken sollten. Dementsprechend nehmen Sie da einfach vielleicht Ihre fertige Signatur. Und ich klicke jetzt hier noch an, dass wir keine Kopie per E-Mail haben wollen. Das können Sie einfach einstellen, wie Sie wollen. Nun zeige ich Ihnen einmal, wie Sie in Henry Junior eine E-Mail versenden. Wir suchen hier einmal unseren Musterkunden, den wir hier auswählen wollen. Das ist die SKC-Gruppe. Wählen wir einmal aus. Und jetzt haben wir hier in der Kundenansicht auf der rechten Seite im Menü die Möglichkeit, E-Mail oder SMS zu versenden. Als erstes öffnet sich hier standardmäßig die E-Mail. Und Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, Sie könnten noch wechseln, wenn Sie das SMS-Modul gebucht haben, könnten Sie auch eine SMS schicken. Wir wollen jetzt hier eine E-Mail schicken. Bei an wählen wir dann, wenn wir verschiedene Kontakte haben, den richtigen Kontakt aus. Wir wollen jetzt hier an Herrn Meier versenden. Und genau. Und dann klicken Sie einfach, wie Sie es kennen, Betreff und den Text. Und Sie sehen halt, unten wurde schon unsere Signatur eingesetzt, die wir vorher in den Stammladen hinterlegt haben. Das spart Ihnen natürlich Zeit, wenn Sie das nicht jedes Mal anpassen müssen. Wir schicken Herrn Meier jetzt kurz die Informationen zu seiner Wartung. Auf der rechten Seite, bevor wir senden, hätten wir noch die Möglichkeit, einen Anhang hinzuzufügen. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, wo diese Anhänge denn überhaupt herkommen. Sie haben natürlich nicht nur im Kunden die Möglichkeit, eine E-Mail zu verschicken, sondern die gibt es auch noch an verschiedenen anderen Stellen. Achten Sie da immer auf dieses Symbol. Und ich gehe jetzt einfach mal kurz ins Fahrzeug rein, in den Audi von Herrn Meier. Dort sehen Sie, haben Sie auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu versenden, genauso wie wir es eben gemacht haben. Jetzt möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, wir hatten die Auswahl zwischen Herrn Meier und Herrn Fischer bei den Kontakten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Hier können Sie einfach in dem Kunden auf der linken Seite im Menü auf Kontakte klicken. Und hier könnten wir jetzt einen weiteren Kontakt anlegen. Wir wurden jetzt von der Firma gebeten, es gibt jetzt eine eigene E-Mail-Adresse für alle Rechnungen, so die Buchhaltungs-E-Mail-Adresse. Ob wir da nicht immer direkt unsere Rechnung hinschicken können, ist für uns kein Problem. Machen wir einmal, wir legen hier einmal einen neuen Kontakt an. Den Kontakt nennen wir dann einfach Buchhaltung. Das brauchen wir nicht weiter beschriften. Und geben dort einfach die E-Mail ein, buchhaltung.skc.de. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Der Kontakt ist angelegt und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie Sie ganz schnell eine Rechnung verschicken können. Wir klicken einfach mal die letzte Rechnung, öffnen die mal. Und die sollen wir jetzt ja nochmal verschicken an die Buchhaltung, an die Zentrale. Und genau, dann machen wir die Rechnung einfach auf. Klicken wieder, wie Sie es kennen, auf das Mitteilungssymbol. Und dann werden wir einmal gefragt, ob aus dieser Rechnung jetzt ein PDF erstellt werden soll, welches dann später versendet werden soll. Das machen wir hier natürlich. Und da können wir auch speichern, dass das zukünftig immer so passieren soll. Weil in der Regel wollen Sie das ja natürlich, wenn Sie hier im Rechnungsbereich das machen. Dann haben Sie die Auswahl, ob Sie eine Rechnungskopie senden wollen oder die Rechnung. Wir wählen jetzt hier einfach mal die Rechnung. Und wenn wir dann unten nochmal auf das Mail-Symbol klicken, dann öffnet sich halt wieder unser Mail-Fenster. Und an der Seite sehen Sie jetzt, wir können den Anhang Rechnung hinzufügen. Und das ist natürlich ideal. Dann brauchen wir das nicht runterladen. Wir brauchen das nicht danach irgendwie erstmal den Ordner suchen, wo das jetzt gelandet ist. Und dann in Outlook rüberziehen. Das sparen Sie hier alles. Sie wählen jetzt hier nur noch aus, dass Sie das an die Buchhaltung schicken. Und dann schreiben Sie nochmal Ihren kurzen Text dazu. Und dann ist das Ganze schon erledigt. Und das spart natürlich richtig Zeit. Abschließend müssen wir das Ganze nur noch versenden. Und dann sind wir hier schon fertig. Abschließend möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, hatte ich ja am Anfang schon angesprochen, dass wir bestimmte Dokumente hinzufügen können. Die werden uns ja auch immer vorgeschlagen. Dafür klicken wir einmal in den Reiter Dokumente beim Kunden. Und hier haben Sie jetzt natürlich, sehen Sie, alles klar. Ja, das Bild IMG ist der Fahrzeugschein, den wir uns damals, als wir das Auto angelegt haben, natürlich direkt hier in Henry Junior hinterlegt haben. Und hier hätten wir einfach die Möglichkeit, wir könnten hier zum Beispiel Versicherungsunterlagen von dem Kunden, alles können wir hier hochladen und abspeichern. Und wenn der Kunde da irgendwas aus der Vergangenheit braucht, dann klicken wir einfach in die Dokumente reingucken, welches Dokument ist das. Und dann können wir das direkt per E-Mail versenden. Und auch hier sparen Sie sich wieder dieses Runterladen, in Outlook reinziehen und können das hier sehr komfortabel machen. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach nochmal. Wir gehen hier auf das Mail-Symbol. Und dann können wir durch einen Klick auf Anhang hinzufügen, würden wir jetzt diesen Fahrzeugschein nochmal an Herrn Meier oder Herrn Fischer senden, je nachdem, welchen Kontakt wir hier auswählen. Und dann sparen Sie sich die Zeit, das runterzuladen und in Outlook wieder hochzuladen. Das war es soweit zum Thema E-Mail-Versand in Henry Junior. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Helpline. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg mit Henry Junior.